Wir sind hoher Freude darüber, dass sich mit der AXA so eine innovative und motivierte Partnerin dazu entschieden hat, uns auf unserem Weg zu begleiten. Ihr Engagement in der Schweizer Frauenfussball-Elite-Liga unterstützt und bestätigt die Vision vom Schweizerischen Fussballverband. Frauenfussball und Frauen im Fussball sind ein wichtiger Teil mit einem riesengroßen Wachstumspotenzial, das wir gerne in der Schweizer Fussballlandschaft positionieren. Mit der Aufnahme der Direktion Frauenfussball in die Geschäftsleitung hat der SFV einen historischen Schritt gemacht. Wir als AXA begleiten den Verband und die Elite-Frauen-Liga von jetzt an auf ihrem Weg, weil wir, den Verein, den Frauenfussball und den Fussballerinnen ab jetzt die Anerkennung verschaffen wollen, die sie für ihre ausserordentlichen Leistungen verdient haben.